So, das ist doch schon mal schön. Die Ecke hier haben wir ja schon mal fertig. Drei, vier. Da sind wir ja bald sogar mit der Kuppel fertig. Dann kann ich ja die Hall of Fame anfangen. Das ist ja herrlich. Außerdem kann ich dann mal mein Farmhaus bauen irgendwann. Das wollte ich auch noch mal machen. Eigentlich wollte ich das auch schon heute anfangen. Mal gucken, wie weit ich in zwei Stunden komme. Oftmals ist es ja nicht so viel, was man dann in zwei Stunden machen kann. So. Was? Könnte das sein hier? Tatsache, ja. Muss wohl. Ergibt sich wohl eine etwas größere Fläche hier, weil ich da noch etwas misstrauisch bin, ob das wirklich so stimmt. Mal gleich gucken, ob sich das auf den anderen Seiten genauso entwickelt. Schauen wir mal. Gut. Dann nehmen wir hier, haben wir doch noch ein bisschen Holz dabei, ne? Genau. So, zack. Ja, das Nether-Rack ist gleich alle. Müssen wir noch mal Neues holen. Ist halt so. So. Machen wir das jetzt einfach mal so und machen uns da nicht die große Mühe, das vorher auszuzählen. Naja, Moment, das ist Unsinn jetzt. Ne, das ist kein Unsinn. Genau deswegen wollte ich das eigentlich machen. Jetzt aber machen wir kurz mal einen Zwischenschritt und tun die tun die mal wegmachen, ne? Damit die da nicht so damit das nicht so asymmetrisch aussieht. So radial-asymmetrisch könnte man sagen. Zack, 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 zack. Und glaube ich doch, wie viel wie viel so ein Kreis alleine kostet, ne? Ich bin immer wieder fasziniert wie viel Holz das frisst. Komm, jetzt machen wir erstmal den Holzkreis fertig. Ich entscheide mich jetzt zwar wieder im Minutentakt um, aber ich glaube, das Schnellste ist es Nein. Wenn wir keine Fehler machen. Das Schnellste ist es, wenn wir uns mal eben das so aufteilen dass wir die Arbeitsschritte konsolidieren. Naja. So, dann ist der Teil auch das Viertel auch fertig. Weil irgendwie irgendeinen Vorteil muss es ja haben dass wir schon so viele Kreise gemacht haben und dass jetzt hier nur noch diese kleine Lücke ist kann nicht sein, dass wir jetzt trotzdem immer noch alles auszählen müssen. Das sehe ich einfach mal nicht ein. So Gib mir das Holz Hier kommt Klack, klack, klack Klack, klack Und Nein Das machen wir jetzt diesmal gleich weg Aber nur den So Zack, zack Äh, genau so Na So Dann haben wir den Kreis auch schon mal Ja, genau Dann sind wir bald fertig Das ist auch wirklich also dieses Bauwerk ist natürlich wirklich gigantisch groß Ich glaube das ist und das sagte Matthias neulich auch relativ treffend dass das wohl von der Größe her so ungefähr rankommt an die Grenze von Dingen die man so außer die man so im Survival-Mode überhaupt machen kann Ich glaube alles was noch größer wird und noch ja noch materialintensiver also wird dann irgendwann auch wirklich schwer umzusetzen innerhalb einer normalen Lebenszeit Und so viel Lebenszeit haben wir ja alle nicht Die meisten von uns nur so 80 Jahre Das ist ja nicht viel Manche weniger Manche weniger So komm Machen wir von der So rollen wir das Feld von der Seite auf Klack 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 Gleich haben wir es Es wird fein Dann fehlen nur noch unten ein zwei Ringe Also gut So ganz haben wir es dann noch nicht Aber Ihr wisst was ich meine Wir sind kurz davor Und das obere Wir können dann die letzte Aber nicht die letzte Außenwand Ziel Weiß ich noch gar nicht Ob das dann direkt schon im ersten Schritt sein wird Oder ob wir uns dann wirklich erstmal um die Hall of Fame kümmern Ich glaube ehrlich gesagt eher das Letzteres Die Herangehensweise der Wahl wird So gleich nochmal schöne Runde Netherwreck von zu Hause abholen Oh es wird richtig duster ne Das wird richtig duster hier drin Ich sachet euch Und hier oben wird es auch duster Das stimmt ja schon wieder nicht hier So ist glaube ich besser Genau So und weg Und weg Und weg So damit ist der obere Teil der Kuppe vom Holz her fertig Jetzt machen wir kurz nochmal hier das Glas das Glas rein Wo ist denn hier wo ist denn hier die Erde Ah hier Pfeil runter Da kommt das Glas Sehr schön Jetzt holen wir unser Netherwreck Wo ist das Home Dann machen wir den Kreis und dann Pauz Und dann setzen wir die Glowstones Damit es Oh ja Das wird richtig schön duster darunter Richtig schön duster Das ist fast noch die Überlegung ob man irgendwann einen Kreis nicht mal sogar austauschen müsste gegen Glowstone Sondern da müsste man auf jeden Fall noch eine ganze Weile im Nether rumrennen und Glowstone suchen ohne Ende Und da glaube ich wirklich dass das am Ende nicht so richtig im Verhältnis zueinander steht So Hier kommt ihr nicht mit her Ihr kleinen Creeperchen Ihr kleinen Creeperchen Ihr kleinen Creeperchen Ihr kleinen Creeperchen So Achso Oben ist dann Nether Wreck Und oben ist auch das Glas Können wir nämlich das Glas schon mal wegtun So Bling Eisen tun wir auch gleich weg Quarz Ja So viel brauchen wir nicht So Dann tun wir das Eisen mal zurück Ganz schön viel von dem Zeug Echt Very nice Gut Wo wir schon mal hier sind können wir uns gleich noch mal ins Bett legen Ist ja keine schlechte Idee per se Nicht per se eine schlechte Idee So Schlaf mal schön So Und wieder auf zur Baustelle Irgendwann muss das auch mal gut sein das Zurück Gerenne Also ist das eben mit so materialintensiven Bauwerken Gut Aber doch das gefällt mir gut mit dem Rot Was sagt ihr Was sagt ihr Das ist doch schon auch relativ epic oder Hier steht noch Alter Ist doch nicht nicht wenig was hier an Creepern steht Oh nein verdammt Hau ab Hau ab Ich will keine schleimigen Creeper um mich haben Was hast du Bist du abgehauen Ja alles klar Die springen mir eines Tages wirklich alles in die Luft hier Ich Da auch ein bisschen Panik vor So Drei Vier Fünf Ah toll Ja Super gelaufen Mal guck An Ist doch glaube ich tatsächlich so dass ich hier so eine gewisse Ja Eine gewisse Fläche ergibt sich hier Aber gut Muss man natürlich gucken Ist natürlich die Frage ob wir die untere wirklich völlig richtig gezogen haben Oder ob die kleinere Fläche Ne Das kann nicht sein Das kann nicht sein Dann müssen wir gleich nochmal ran Also bei dieser Hier war es noch richtig Ja genau Aber eine Fläche dieser Größe Glaube ich im Leben nicht Da hätte ich vielleicht doch mal reingucken müssen Also machen wir es hier nochmal so Haben wir hier etwas eine kleinere Holzfläche vielleicht auch Ja So ist besser So ist schon besser Bäm Raus damit Suchen wir hier auch mal die Stelle auf Tauschen das durch Holz aus Ich glaube so ist es dann ganz gut So Wie dunkel das da unten wird Ich fürchte mich Ich fürchte mich Bäm 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 Na Jetzt hat die gute Musik wieder ausgegangen Wie kann was sein Da ist sie ja wieder So Ja toll Wieder sehr erfolgreich So Ach ja 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 gut Das machen wir gleich Das korrigieren wir dann gleich Erstmal Müssen wir zusehen Dass wir das hier fertig kriegen Bäm So Ne So Und die beiden auch noch Oh Hat geklappt So Den weg Den weg Den auch weg Nein Den nicht mehr weg Aber Die beiden hier weg Ich würde jetzt ganz gerne fliegen können Um das mal von oben zu sehen So Wie weit sind wir Okay Ein Viertel noch Ja Ein Viertel noch Gute Nachrichten Klack 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 Und so geht es auch einigermaßen zügig Ach ja Schön Ich freue mich Das ist echt Muss ich mir echt überlegen Wann ich die Wand drumherum ziehe Aber gut Das kommt dann Das kommt dann Alles Und hier geht es rund Und Blab Blab So Ich bin ja froh dass ich da richtig viel von dem Netherrag mitgenommen habe Das ist doch echt die zündende Idee So ein bisschen Rot Ich finde ja Rot ist irgendwie eine Farbe die ist bei Minecraft ein bisschen unter repräsentiert So Und jetzt haben wir hier Mal kurz ein Schrittchen weg rennen Haben wir hier eine richtig ordentliche Kuppel mit zwei roten Kreisen drin Und die ist Richtig Richtig Duster So geht das natürlich nicht So und jetzt fangen wir an Jetzt wird es interessant Jetzt werden wir nämlich die Glowstones platzieren Da fällt mir ein Was ich eigentlich in der Mitte auch noch einen platzieren wollte oder zwei Naja Werde ich noch machen Werde ich noch machen So Hier rein Ja Gib mir den Glowstone Und hier rein Machen wir gleich mal richtig Oder Wir probieren es Mal Achso Jetzt habe ich natürlich So wollte ich es natürlich nicht machen Sondern eher jedem Zweiten So Komm Hier sind auch Glowstone und Natterrack Gleich wieder nebeneinander Die fühlen sich ja wohl zusammen Tja Doch das geht schon Das geht schon So Und so So Das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite zu gucken wie das aussieht Eins Zwei 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 Eins Zwei Zwei Eins Zwei Hab ich es so tief gemacht da drüben da drüben Ja ne Ich hoffe das mal Gut Hier müsste man es ja eigentlich sehen Ah ne sieht man nicht wirklich Egal sonst kann ich halt drüben noch runterziehen Eins Zwei Eins Zwei Eins Zwei Zwei Eins Zwei So So Dann müsste man vielleicht noch ein zwei Änderungen vornehmen Ich guck mir das mal ganz kurz an Ah ne Es ist gar nicht schlecht Es ist gar nicht schlecht Obwohl es natürlich breiter werden könnte ein bisschen Aber ne Ich mach es erst mal so Zieh da noch was in die Mitte Ah Toll So So nicht mein Freund Gut So Den Und Den Und Und Den Und Nein Und Den Und Den So Nein Meine Pässe So Und So Und So Beide sind wir damit auch fertig Zack Und So Den Genau Den Und Den Und den Hoffentlich Habe ich für die ganze Aktion genug Glowstone Ich glaube es nämlich nicht Ich glaube dass wir bald wieder im Nether umwuseln Um Glowstone zu finden Und Dann muss ich Das bedeutet für mich eigentlich Fast dass ich ein neues Netherportal bauen muss Denn Das alte hatte ich ja doch eigentlich relativ gut leer geräumt Das Was den Bereich ist Den man ganz gut erreichen konnte Ja Ich Spawne da unten aber ganz eifrig Das kann ich mir Achso Ich dachte gerade Worauf habe ich denn Schaden herbekommen Ja Bleibt mal geschmeidelt Ja Ich Scheiße Ich ies Ich Ich Ich